Woche Was sind die Tage der Woche? Wochenende Do you have plans this weekend? Hast du dieses Wochenende Pläne? Sonntag Yesterday was Sunday. Gestern war Sonntag. Today. Today. Heute. What day is today? Okay? Welcher Tag ist heute? Welcher Tag ist heute? Monday. Montag. Today is Monday. Heute ist Montag. Heute ist Montag. Tuesday. Dienstag. Tomorrow is Tuesday. Morgen ist Dienstag. Morgen ist Dienstag. Wednesday. Mittwoch. Mittwoch. Is today Wednesday? Is today Mittwoch? Is today Mittwoch? Thursday. Donnerstag. 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 No. Today is Thursday. Nein, heute ist Donnerstag. Nein, heute ist Donnerstag. Freitag. 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 Oh, I thought it was Friday. Oh, ich dachte es wäre Freitag. Saturday. Samstag. We will meet on Saturday. Wir werden uns am Samstag treffen. Gestern Ich ging gestern zur Schule. Tomorrow. Tomorrow is my birthday. Morgen ist mein Geburtstag. Morgen Ich habe heute Morgen gefrühstückt. Nacht I sleep at night. Ich schlafe nachts. Ich schlafe nachts. Day Welcher Tag ist heute? Time Zeit Stunde Stunde I'll be there in one hour. Ich werde in einer Stunde da sein. Minute 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 I need five more minutes. Ich brauche noch fünf Minuten. Ich brauche noch fünf Minuten. Jahr 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 Ich gehe dieses Jahr nach Kanada. Ich gehe dieses Jahr nach Kanada. Monat 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 My birthday is this month. Mein Geburtstag ist in diesem Monat Januar Januar January is the first month of the year. Januar Januar is the first month of the year. Januar is the first month of the year. februar februar ist der kürzeste Monat februar ist der kürzeste Monat March März How many days are in March? Wie viele Tage hat der März? April My birthday is April 1st Mein Geburtstag ist der 1. April May Mai I'll go there in May Ich werde im Mai dorthin gehen June Juni There are 30 days in June Es gibt 30 Tage im Juni July Juli Juli I was on vacation last July August 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 is usually hot August ist normalerweise heiß August ist normalerweise heiß September 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 is a nice month September ist ein schöner Monat September ist ein schöner Monat September ist ein schöner Monat October Oktober Halloween is in October Halloween ist im Oktober Halloween ist im Oktober November November My brother's birthday is in November Der Geburtstag meines Bruders ist im November December Christmas is December 25th Weihnachten ist der 25. Dezember Winter Winter Is winter cold? Ist der Winter kalt? Spring Frühling Frühling I like spring Ich mag den Frühling Ich mag den Frühling Summer Sommer Sommer Summer Summer is hot Der Sommer ist heiß Der Sommer ist heiß Der Sommer ist heiß Herbst Herbst It rains in the fall Im Herbst regnet es Im Herbst regnet es Im Herbst regnet es eins 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 I have one cat Ich habe eine Katze Ich habe eine Katze Ich habe eine Katze Ich habe zwei Hunde Ich habe zwei Hunde Ich habe zwei Hunde Ich habe drei Pferde Ich habe drei Pferde Ich habe drei Pferde I have four chickens Ich habe vier Hühner Ich habe vier Hühner Five Fünf They have five kids. Sie haben fünf Kinder. Sie haben fünf Kinder. Six Sechs He has six cars. Er hat sechs Autos. Er hat sechs Autos. Seven Sieben Sieben Sie hat sieben Blumen. Sie hat sieben Blumen. Sie hat sieben Blumen. Six Yes It is 9 minus 8 ist 1. 9 minus 8 ist 1. 10 I ordered 10 drinks. Ich bestellte 10 Getränke. Erste. Who came here first? Wer kam als Erster her? 2nd. 2nd. This is my 2nd time here. 3rd. 3rd. This is my 3rd hamburger. 4th. 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 5th. 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 She is the 5th child. 6th. 6th. 5th. 6th. 7th. 7th. 8th. 8th. 10. 12.